Mein Name ist Tabea Stötter, ich bin 34 Jahre alt und ich kandidiere für den Stadtrat auf Listplatz 9. Ich komme ursprünglich nicht hier aus Koblenz, sondern aus Tübingen, also aus dem Schwabenländle, bin dann anschließend zum Studieren in die Schweiz und dann hat mich der Rhein hier nach Koblenz gebracht. Ich arbeite hier für die Internationale Rheinschutzkommission. Wir koordinieren die Zusammenarbeit der Staaten im Rheineinzugsgebiet für die Bereiche Wasserqualität, Ökologie und Hochwasserschutz. Also drei sehr spannende Themen und die Arbeit macht auch nach wie vor sehr viel Spaß hier in Koblenz. Ich fühle mich hier sehr wohl in Koblenz. Ich bin jetzt ein bisschen mehr als vier Jahre hier. Ich denke, Rhein und Mosel machen sowohl die Stadt als auch das Umland sehr lebenswert und Koblenz an sich und die Bevölkerung hier habe ich als sehr offen und feierfreudig erlebt, gerade mit den Festivals, die hier stattfinden, gerade so in der warmen Jahreszeit. Ich habe sehr viel nette Leute kennengelernt, sei es auf Salsa-Partys, bei Kulturveranstaltungen, sehr viel engagierte Leute in den Verbänden, Umweltverbände etc. Und ja, ich fühle mich sehr wohl hier. Ich möchte gerne in den Stadtrat, weil ich denke, dass eine Stadt, um sie lebenswert zu machen und zu erhalten, eine sinnvolle Kommunalpolitik braucht. Koblenz ist schon wunderschön, aber ich denke, es gibt an allen Ecken und Enden noch Dinge, die man verbessern kann. Und natürlich kann man diesen Beitrag auf viele verschiedene Arten leisten. Ich möchte und bin bereit, diesen Beitrag im Stadtrat zu leisten. Ich denke auch, dass ich durch meine Arbeit schon so ein bisschen Erfahrung darin habe, wie man einen Konsens findet, gerade wenn verschiedene Positionen und Vorstellungsweisen aufeinandertreffen. Und ich denke, es ist wichtig, diesen Konsens und diese Zusammenarbeit gut zu machen, um eben gemeinsam voranzukommen. Was ist die Themen, die mir wichtig sind, hängen natürlich mit meinem Hintergrund zusammen. Ich habe Umweltwissenschaften und Klimawissenschaften studiert. Einerseits liegt mir dieser ganze Komplex Wasser sehr am Herzen. Darunter einerseits Gewässerschutz, aber auch der Schutz unseres Trinkwassers und auch ein sinnvoller Umgang mit unserem Abwasser. Und ich denke, Koblenz kann insgesamt noch etwas grüner werden. Die grünen Flächen, da ist noch etwas Bedarf. Das ist einerseits gut für unser Stadtklima, dann auch für unsere Luft, für unsere Insekten, für unsere Bienen. Ich denke, da können wir gemeinsam noch einiges machen.